Hier sehen Sie die Ruchstation. Hier sieht man die Drohlengerichte, die man zum Markt auf dem Teller hat. Das ist super, super lecker. Und hier vorne auch. Man wird die Kühlschrank. Immer Smart. Kindersteil, Beinesteil, Bremssaal, Haltsteil. Alles gemacht. Macht was sich mit verschiedenen Tosen drauf. Und hier bekommt man dann eine Nummer. Und die Nummer gibt es dann am Tisch, wenn es fertig ist. Und der junge Mann dahinten kann. Und das wird dann schön irgendwo. Dann werden die Sachen dann gemacht. Aber das ist so super lecker.